Jules Verne Die geheimnißvolle Insel Zweiter Theil Der Verlassene 19. Kapitel Schon zwei Jahre, und zwei lange Jahre entbehrten die Colonisten jeder Verbindung mit anderen Menschen. Unbekannt mit den Ereignissen auf dem Welttheater lebten sie ebenso verloren auf ihrer Insel wie etwa auf dem fernsten Asteroiden des Sonnensystems. Was mochte jetzt in ihrem Vaterlande vorgehen? Immer drängte sich das Bild der Heimat vor ihre Augen, die sie verlassen hatten, zerrissen durch den Bürgerkrieg und die vielleicht noch jetzt durch die Empörung der Südstaaten mit Blut gedrängt wurde. Wohl war das für sie ein peinlicher Schmerz, und oft unterhielten sie sich davon, und auch ohne jemals zu zweifeln, daß die Sache des Nordens zur Ehre der Union ja endlich siegen müsse. Während dieser zwei Jahre war kein Schiff bei der Insel Lincoln vorübergekommen, mindestens kein Segel wahrgenommen worden. Es nag auf der Hand, daß diese Insel sich außerhalb der befahrenen Straßen befand, und wahrscheinlich noch nicht einmal bekannt war, was man den Karten nach annehmen mußte, denn trotz des Mangels eines eigentlichen Hafens hätte ihr Reichtum an Wasser noch solche Schiffe anziehen müssen, welche ihre Vorräthe an jenem zu erneuern wünschten. Immer blieb das umgebende Meer aber verlassen, soweit es auch der Blick beherrschen mochte, und die Colonisten durften wohl nur auf sich allein zählen, wenn sie je ihr Vaterland wieder zu sehen haften. Noch eine Aussicht auf Erlösung gab es freilich, und über diese verhandelte man dann an einem Tag der ersten Aprilwoche sehr ausführlich, als die Colonisten im großen Saale des Granithauses beisammen saßen. Das Gespräch betraf eben Amerika, das geliebte Vaterland, welches wieder zu sehen man zu wenig Hoffnung hatte. »Entschieden bleibt uns nur ein Mittel übrig, sagte Gedeon Spilett, ein einziges um die Insel Lincoln zu verlassen, und das besteht in der Erbauung eines auch für größere Entfernungen seetüchtigen Schiffes. Mir will es scheinen, daß wer eine Schaluppe bauen konnte, auch mit einem Seeschiffe zustande kommen müsse. Und daß man eben so gut nach dem Promotor-Archipel segeln kann, wie nach der Insel Tabor, fügte Harbert hinzu. »Ich bestreite das nicht,« antwortete Pencroff, der in allem das Seewesen betreffenden Fragen eine entscheidende Stimme hatte. »Ich bestreite das nicht, obwohl es nicht ein und dasselbe ist, kurze oder lange Entfernungen zurückzulegen. Wäre unsere Schaluppe auf der Fahrt nach der Insel Tabor auch von noch schlimmerem Wetter heimgesucht worden, so wußten wir doch, daß auf der einen oder der anderen Seite ein Hafen nicht allzu weit war, aber zwölfhundert Meilen zu durchsegeln ist ein gutes Stück Wegs, und so weit liegt das nächste Land doch mindestens von uns entfernt.« »Würden Sie im gegebenen Falle vor diesem Versuche zurückschrecken, Pencroff?« fragte der Reporter. »Ich unternehme alles, was Sie verlangen, Herr Spilett,« erwiderte der Seemann, »und Sie kennen mich wohl auch nicht als den Mann, der sich bange machen läßt.« »Ich bemerke übrigens,« fiel Nab ein, »daß wir noch einen zweiten Seemann unter uns haben.« »Wen denn?« fragte Pencroff. »Erton.« »Das ist wahr,« sagte Harbert. »Wenn er der Sache zustimmte,« warf Pencroff ein. »Gut,« sagte der Reporter, »glauben Sie denn, daß Erton, wenn Lord Glenowands Jachtzig während der Zeit seines dortigen Aufenthaltes bei der Insel Tabor zeigte, es abgeschlagen hätte, mit derselben abzureißen?« »Sie vergessen, meine Freunde,« sagte Cyrus Smith, daß Erton während der letzten Jahre nicht zurechnungsfähig war. Darin liegt aber auch nicht der Schwerpunkt der Frage. Für uns handelt es sich darum zu wissen, ob wir die Rettung durch das schottische Schiff unseren Absichten für die Zukunft mit Recht beizählen dürfen oder nicht. Lord Glenowand hat Erton übrigens angedeutet, daß er einst, wenn er jenes Verbrechen für gesühnt erachte, wiederkehren werde, um ihn aufzunehmen, und daran glaube ich auch. »Ja,« meinte der Reporter, »ich bin sogar der Ansicht, daß er nun bald kommen müsse, da Erton schon vor zwölf Jahren ausgesetzt wurde. Rücksichtlich des Lords und seiner vielleicht nahe bevorstehenden Wiederkunft, sagte Pencroff, stimme ich wohl ganz mit Ihnen überein. Doch wo wird er dann landen? An der Insel Tabor und nicht an der Insel Lincoln.« »Das ist, um sie mehr anzunehmen,« meinte Harbert, »als Letztere noch auf keiner Karte verzeichnet zu sein scheint.« »So werden wir, meine Freunde,« fuhr der Ingenieur fort, »die nöthigen Maßregeln treffen müssen, um Ertons und unsere Anwesenheit auf der Insel Lincoln auch auf Tabor zu signalisieren.« Gewiß nahm der Reporter das Wort, und zu dem Zwecke dürfte sich nichts mehr empfehlen, als in der Hütte, die Kapitän Grant und Ertners Wohnung gedient hat, eine Notiz über die genaue Lage unserer Insel zu hinterlegen, welche Lord Glennawan oder einer aus seiner Mannschaft zweifellos auffinden würde. »Es ist recht bedauerlich,« sagte der Seemann, »daß wir bei unserer ersten Fahrt nach Tabor diese Vorsicht außer Acht ließen.« »Warum geschah das?« antwortete Harbert. »Bis jetzt kannten wir weder Ertons Geschichte, noch ahnten wir, daß je eine Wiederabholung desselben in Aussicht stehe, und als wir jene erfuhren, verbot die sich schon zu weit fortgeschrittene Jahreszeit, noch einmal nach der Insel Tabor zu segeln.« »Jawohl,« stimmte auch Cyrus Smith bei, »dazu war und ist es jetzt zu spät, und werden wir den Wiedereintritt des kommenden Frühlings abwarten müssen.« »Wenn die schottische Jacht aber inzwischen dort anliefe, warf Pencroff ein.« »Das ist kaum anzunehmen,« erwiderte der Ingenieur, »da Lord Glennawan nicht gerade die Wintersaison zu einer Reise in so entlegene Meere wählen wird. Entweder hat er jetzt, seitdem Ertan bei uns lebt, Tabor schon wieder aufgesucht und die Rückreise angetreten, oder er trifft erst später ein, so daß es Zeit sein wird, in den ersten schönen Oktober Tagen nach Tabor zu segeln, um die betreffenden Nachrichten dort zu deponieren.« »Man muß gestehen,« meldete sich auch Nab, »daß es wirklich ein Unglick wäre, wenn der Duncan sich gerade in den letzten fünf Monaten dort gezeigt hätte.« »Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein,« antwortete Cyrus Smith, »der Himmel wird uns die günstigste Aussicht auf Erlösung nicht schon geraubt haben.« »Ich glaube,« bemerkte der Reporter, »wir werden auch darüber nach einem zweiten Besuch der Insel Tabor klar sehen, denn die Schotten müssen doch irgendwelche Spuren ihrer Anwesenheit hinterlassen haben.« »Das versteht sich,« erwiderte der Ingenieur. »Nun also, meine Freunde, da uns diese Aussicht heimzukehren noch offen bleibt, so warten wir jetzt in Geduld. Ist sie uns genommen, so werden wir dann sehen, was zu thun ist.« »Jedenfalls«, betonte Pencroff, »verlassen wir die Insel, wenn es einmal geschieht, nicht deshalb, weil es uns hier schlechter gegangen wäre.« »Nein, Pencroff,« beruhigte ihn der Ingenieur, »nur, weil wir fern von allem sind, was dem Menschenherzen auf der Welt das theuerste ist, fern von unseren, von Freunden, fern vom Heimatlande.« Nach Klarlegung dieser Verhältnisse dachte man zunächst nicht mehr daran, ein Schiff zu erbauen, das groß und seetüchtig genug wäre, entweder nach Norden bis zu den dort verstreuten Inselgruppen oder nach Westen bis Neuseeland zu segeln und beschäftigte sich angesichts der bevorstehenden dritten Überwinterung mit den hergebrachten Arbeiten im Granithause. Auf jeden Fall wurde beschlossen, mittels der Schaluppe noch vor Eintritt allzu ungünstigerer Tage eine Umsegnung der ganzen Insel vorzunehmen. Noch waren deren Küsten nicht vollständig erforscht und hatten die Colonisten zum Beispiel von dem zwischen dem Kaskadenflusse und den Kiefern-Kaps nördlich und westlich verlaufenden Gestade nur eine sehr oberflächliche Kenntniß, ebenso wie von der engen Bucht, welche letztere wie einen Haifischrachen umschlossen. Der Vorstand zu diesem Ausfluge ging von Pencroff aus, erfreute sich aber sofort auch der Zustimmung des Ingenieurs, der selbst diesen Theil ihres Gebietes genauer kennen zu langen wünschte. Trotz der schon etwas veränderlichen Witterung zeigte das Barometer doch keine zu großen Schwankungen, so daß man wohl auf erträgliches Wetter hoffen durfte. In der ersten Aprilwoche kündigte sich das Steigen der Quecksilbersäule, nach vorausgegangenen bedeutenden Fallen derselben, durch einen kräftigen, fünf bis sechs Tage anhaltenden Westwind an. Bei 749,45 mm wurde die Nadel stationär, und somit schienen die Umstände der Exkursion günstig. Als Tag der Abreise bestimmte man den 16. April und versorgte den im Ballonhafen ankernden Bonadventure mit dem nöthigen, für eine ausgedehntere Fahrt bemessenen Proviant. Cyrus Smith benachrichtigte auch Ayrton von der bevorstehenden Reise, mit der Einladung, sich anzuschließen. Da es diese aber vorzog, auf dem Lande zu bleiben, so einigte man sich dahin, daß er für die Dauer der Abwesenheit seiner Genossen im Granithause Wohnung nehmen sollte. Meister Jupp blieb ihm zur Gesellschaft da und erhob dagegen keinerlei Einwendung. Am Morgen des 16. April schifften sich alle Colonisten in Begleitung Tropps ein. Der Wind, eine gute Brise, wehte aus Südwesten und mußte der Bonadventure beim Verlassen des Ballonhafens lavieren, um nach dem Schlangenvorgebirge zu gelangen. Von den neunzig Meilen des Inselumfangs kamen zwanzig auf die Südküste von jenem Hafen bis zu dem Vorgebirge. Diese zwanzig Meilen mußte man also möglichst dicht gegen den Wind fahren, da derselbe vollkommen entgegengesetzt blies. Diese erste Strecke bis zu jenem Landvorsprunge nahm den ganzen Tag in Anspruch, denn beim Verlassen des Hafens kam dem Schiffe die Ebbe nur noch zwei Stunden lang zu statten, während es nachher sechs Stunden lang gegen die Fluth anzukämpfen hatte. So kam die Nacht heran, bis man das Vorgebirge umsegelte. Pencroff schlug dem Ingenieur vor, mit zwei gerefften Segeln und vermindert der Schnelligkeit weiterzufahren. Cyrus Smith zog es jedoch vor, einige Kabellängen vom Lande entfernt zu ankern, um den nächst anliegenden Küstenstrich bei Tage zu Gesicht zu bekommen. Gleichzeitig wurde, da es eine genaue Erforschung der Küste galt, festgesetzt, in der Nacht überhaupt nicht zu segeln und also auch am kommenden Abend so nah am Land, als Wind und Wetter es gestatten würden, Anker zu werfen. Die Nacht verbrachte man demnach vor Anker in der Nähe des Vorgebirges, und da auch der Wind sich mit Eintritt der Dunkelheit gelegt hatte, störte nichts die friedliche Ruhe. Die Passagiere, mit Ausnahme des Seemannes, schliefen vielleicht auf dem Bonadventure nicht ganz so gut, als in ihren Betten im Granithause, indes sie schliefen doch. Am andern Tage, den 17. April, setzte Pencroff mit Anbruch des Tages Segel bei und konnte mit voller Leinwand und Backborthalsen dicht an der Westküste dahinfahren. Die Ansieter kannten zwar dieses prächtig bewaldete Gestade, da sie schon zu Fuß an seinem Saume gewandert waren, und dennoch erregte es ihre ungeteilte Bewunderung. Sie glitten so nah als möglich am Lande hin, mäßigten die Schnelligkeit des Schiffes, um alles ins Auge fassen zu können, und wichen nur einzelnen Baumstämmen aus, welche da und dort umherschwammen. Einige Male warfen sie sogar Anker, und Gedeon Spilett nahm etliche Ansichten dieses herrlichen Ufers photographisch auf. Gegen Mittag war der Bonadventure bei der Mündung des Kaskadenflusses angelangt. Über diesen hinaus, am rechten Ufer desselben, zeigten sich wiederum Bäume, die jeden jedoch minder dicht standen, und drei Meilen weiter bildeten sie nur noch einzelne Gruppen zwischen den westlichen Ausläufern des Berges, deren unfruchtbare Kämme sich bis zum Ufer erstreckten. Welch ein Unterschied zwischen dem südlichen und dem nördlichen Theile dieser Küste! So bewaldet und mit grün geschmückt die eine war, so rauh und wild erschien die andere. Man hätte einst jener eisernen Gestade, wie man sich in manchen Ländern ausdrückt, zu sehen geglaubt, und seine zerrissene Gestaltung schien darauf hinzudeuten, daß hier in geologischen Zeiten feurigflüssiger Basalt in überstürzter Kristallisation angeschossen sei. Ein Wirrwarr von erschreckendem Aussehen, der die Colonisten, wenn sie zufällig auf diese Küste niedergefallen wären, gewiß tief entmutigt hätte. Bei ihrem Besuche des Franklin-Berges hatten sie den düsteren Charakter dieses Küstenstriches, des hohen Standpunktes wegen, nicht so deutlich wahrnehmen können. Vom Meere aus gesehen bot dieses Gestade aber einen so fremdartigen Anblick, wie er sich wohl kaum in irgendeinem Erdteil wiederfinden möchte. Der Bonadventure passierte die Küste in der Entfernung einer halben Meile. Es war leicht zu erkennen, daß sie aus Blöcken jeder Größe, von zwanzig bis dreihundert Fuß Höhe und jeder Form bestand, aus zylindrischen und prismatischen Gestalten, welche Türmen, Pyramidalen, welche Obelisken und gleich konischen, welche Fabrikschraunsteinen ähnelten. Das Pack-Eis der nördlichen Meere konnte trotz seiner furchtbaren Schönheit nicht launenhafter untereinander gewürfelt sein. Hier spannten sich Brückenbogen von einem Felsblock zum andern, dort strebten Spitzbögen wie in einem Kirchenschiffe, dessen Tiefe man nicht absehen konnte, kühn empor. An manchen Stellen zeigten sich Aushöhlungen in wahrhaft monumentalen Verhältnissen, an andern eine Unmasse von Nadeln, kleine Pyramiden und Spitztürmchen in größerer Zahl, als sie je eine gotische Kathedrale schmückten. Alle Launen der Natur, die unsere Phantasie so weit überbietet, waren über diese Uferstrecke verstreut, welche sich zwischen acht und neun Meilen lang ausdehnte. Mit einem Erstaunen, das sie sprachlos machte, ließen Cyrus Smith und seine Begleiter ihre Blicke umherschweifen. Doch wenn diese auch stumm blieben, so verhinderte das Taub nicht, durch seinen Bällen das tausendfache Echo jener Basaltwände wachzurufen. Dem Ingenieur wollte es sogar scheinen, als habe sein Gebell dieselbe Eigenartigkeit, wie er es von dem Hunde schon an der Schachtmündung vernommen hatte. »Legen wir uns noch näher an die Küste«, sagte er. So nahe es möglich streifte der Bonadventure die Felsen des Ufers. Vielleicht kam dort eine der genaueren Untersuchung werte Grotte zum Vorschein? Doch Cyrus Smith sah nichts dergleichen, keine Höhle, keine Ausbuchtung, welche irgendeinem lebenden Wesen hätte als Zuflucht dienen können, denn der Fuß der Felsen badete sich überall in dem brandenden Wasser. Bald ließ auch Tops Unruhe nach, und das Schiff entfernte sich wieder auf einige Kabellängen vom Ufer. Im nordwestlichen Theile der Insel wurde der Strand flach und sandig. Nur selten unterbrachen einzelne Bäume das tiefe, sumpfigere Land, das den Ansiedlern schon bekannt war, und hier bekundete sich wieder, im kreilen Gegensatz zu der anderen so verödeten Küste, durch unzählige Wasservögel ein lautes, üppiges Leben. Gegen Abend ankerte der Bonadventure in einer leichten Einsenkung des Ufers im Norden der Insel, und wegen der hinreichenden Wassertiefe sehr dicht am Lande. Die Nacht verlief friedlich, denn die Brise war sozusagen eingeschlafen und erwachte erst wieder mit dem Morgenroth des jungen Tages. Da sich eine Landung hier unschwer bewerkstelligen ließ, so gingen die konzessionierten Jäger der Kolonie, nämlich Harbert und Gedeon Spilett, ans Land und kehrten nach mehreren Stunden mit einigen Reihen Enten und Bekassinen an Bord zurück. Top errang sich dabei aller Anerkennung, und dank seiner hurtigen Gewandtheit war keine einzige Jagdbeute verloren gegangen. Um acht Uhr morgens setzte der Bonadventure wieder Segel bei und fuhr sehr schnell nordwärts auf das Kiefernkamp zu, denn nicht nur hatte er den Wind im Rücken, sondern die Brise schien auch auffrischen zu wollen. Übrigens, ließ sich der Pencroff ernehmen, würde es mich gar nicht wundern, wenn ein steiferer Westwind im Anzug wäre. Gestern ging die Sonne sehr rot unter, und heute zeigen sich da oben Windbäume, welche nicht viel Gutes weiß sagen. Diese Windbäume bestehen aus langgestreckten, gewissermaßen aufgefaserten Cyruswolken, die über den Zenith verstreut und niemals unter 5000 Fuß über dem Meer anzutreffen sind. Sie ähnelten fast leichten langgezogenen Wattebäuschen und verkündigten deren Auftreten meist einen bevorstehenden Kampf in den Schichten des Luftmeeres. – Nun, dann wollen wir, sagte Cyrus Smith, so viel Leinwand als möglich geben und den Haifischgolf noch zu erreichen suchen. Ich denke, in ihm wird der Bonadventure vollkommen gesichert sein. – Gewiß, bestätigte Pencroff, zudem besteht die nördliche Küste auch nur aus kaum bemerkenswerten Sandbänken. – Ich wäre nicht böse darüber, fügte der Ingenieur hinzu, nicht nur die Nacht, sondern auch den folgenden Tag noch in jener Bay, die gewiß der aufmerksamsten Untersuchung werthes zuzubringen. – Und ich glaube, erwiderte Pencroff, wir werden dazu gezwungen sein, ob wir nun wollen oder nicht, denn im Westen nimmt mir der Himmel ein zu bedrohliches Aussehen an. Sehen Sie nur, wie sich das Gewölk dort zusammenballt. – Jedenfalls begünstigt uns jetzt der Wind, um das Kiefernkap zu erreichen, bemerkte der Reporter. – Jetzt ganz ausnehmend, antwortete der Seemann, doch um in den Golf einzulaufen, werden wir lavieren müssen, und in jenem mit mir gänzlich unbekannten Wasser hätte ich gern noch volles Tageslicht. – Ja, das Wasser dort mag reich an Klippen sein, fügte Harbert hinzu, wenn man nach dem Urtheilt, was wir auf der Südseite des Haifischgolfs gesehen haben. – Sie werden Ihr Bestes thun, Pencroff, fiel Cyrus Smith ein. Wir vertrauen ganz auf Sie. – Seien Sie ruhig, Herr Cyrus, antwortete der Seemann, ich werde mich nicht unnötig eine Gefahr aussetzen. Lieber einen Messerstich ins eigene lebende Fleisch, als einen Felsenstoß gegen das meines Bonadventure. Unter dem lebenden Fleisch des Schiffes verstand Pencroff den im Wasser gehenden Theil seines Rumpfes, und den hütete Pencroff mehr als die eigene Haut. – Wieviel Uhr ist es? fragte er. – Um zehn Uhr, antwortete Gedeon Spillith. – Und wie weit haben wir noch bis zu dem Kap, Herr Cyrus? – Gegen fünfzehn Meilen. – Das ist eine Sache von zweieinhalb Stunden, sagte darauf der Seemann. Zwischen zwölf und ein Uhr schwimmen wir dem Kap gegenüber. Leider wechseln dann gerade die Gezeiten und veranlaßt die Ebbe eine scharfe Strömung aus dem Golfe. Wind und Wasser entgegen dürfte es uns wohl schwer werden, in jeden einzufahren. – Zumal, da wir heute Vollmond haben, sitzte Harbert hinzu, und die Flut im April gewöhnlich eine sehr hohe ist. – Können wir aber nicht an der Spitze des Kaps vor Anker gehen? fragte Cyrus Smith. – Mit der Nase am Land liegen, bei dem drohenden, schlechten Wetter? rief der erfahrene Seemann. – Wo denken Sie hin, Herr Cyrus, da Sie sich freiwillig auf den Strand setzen wollen? – Nun, und was denken Sie zu thun? – Ich will versuchen, mich bis zum Eintritt der Flut, also bis gegen sieben Uhr, in der offenen See zu halten, und wenn es dann noch hell genug wäre, die Einfahrt in den Golf zu ermöglichen. Wenn nicht, werden wir die Nacht überkreuzen und mit Sonnenaufgang hineinsegeln. – Ich wiederhole Ihnen, Pencroff, antwortete der Reporter, daß wir uns ganz und gar auf Sie verlassen. – Ja, wenn auf dieser Küste, versetzte Pencroff, noch ein Leuchtturm stünde, das wäre für die Seefahrer sehr angenehm. – Gewiß, fügte Harbert hinzu, und heute haben wir keinen zuvorkommenden Ingenieur dort, der ein Feuer entzündete, um uns zum Hafen zu leiten. – Ah, da fällt mir ein, lieber Cyrus, sagte Gedeon Spilett, daß wir Ihnen dafür noch nicht einmal unseren Dank abgestattet haben, und offen gestanden, wäre es uns ohne jenes Feuer nie gelungen. – Ein Feuer? fragte Cyrus Smith höchlich erstaunt über die Rede des Reporters. – Das heißt, Herr Cyrus, fiel Pencroff ein, wir befanden uns die letzten Stunden vor unserer Rückkehr an Bord des Bonadventure in nicht geringer Verlegenheit, und hätten die Insel unter dem Winde passiert, wenn Sie nicht die Vorsorge gebrauchten, in der Nacht vom 19. zum 20. Oktober auf dem Plateau über dem Granithaus ein Signalfeuer zu unterhalten. – Ah, richtig, das war damals doch ein glücklicher Gedanke, antwortete der Ingenieur. – Heute aber, fuhr der Seemann fort, wenn Ayrton nicht zufällig darauf verfällt, wird niemand zur Hand sein, uns diesen kleinen Dienst zu leisten. – Nein, kein Mensch, erwiderte Cyrus Smith. Wenig später, als er sich im Vordertheile des Schiffes mit dem Reporter allein befand, neigte er sich zu dessen Ohren und sagte, – Wenn etwas in der Welt gewiß ist, Spilett, so ist es das, daß ich in der Nacht vom 19. zum 20. Oktober weder auf dem Plateau des Granithauses noch irgendwo auf der Insel ein Feuer angesteckt hatte. Sabbath having the plane with without the 知zimentos – EOS – SAU – EOS – EOS"! – Joitan's KIND ens – EOS – ARION – EOS – EOS – EOS